Machen wir uns nichts vor, erwachsene Männer sind nichts anderes als Kinder mit Geld. Und da wir alle wohl in unserer Kindheit mit Lego gespielt oder gebaut haben, liegt es doch nahe, dass wir nun im Erwachsenenalter zumindest unsere heutigen Hobbys, Leidenschaften oder Kultobjekte als kleine Lego-Modelle für den Schreibtisch oder fürs Regal aufstellen möchten. Das ist übrigens auch mittlerweile das Geschäftskonzept von Lego und Co., die allesamt weniger Kinderspielzeug als teure Display-Modelle für uns große Kinder anbieten. Ja, und für Autofans zum Beispiel gibt es ein Riesenportfolio an schicken Sportwagen oder sonstigen Vehikeln. Für Eisenbahnfans gibt es jede Menge Züge aus Klemmbausteinen oder vielleicht für Kino- und Serienfans. Und last but not least auch für alle, die einfach eine berühmte Skyline sich ins Regal stellen möchten. Dumm nur, wenn mein Hobby Drohnenfliegen ist, denn hier bieten Lego und Co. so gut wie keine anständigen Modelle an. Ich habe mir mal bei Lego das Portfolio angeschaut und dieses Modell hier ist die einzige, naja, einigermaßen erkennbare Drohne mit Spider-Man als Piloten. Das kann natürlich nicht so bleiben. Also habe ich kurzerhand zwei Drohnenmodelle, zwei Mini-Bilds von Drohnen entworfen, die ihren Vorbildern dann doch schon eher ähnlich sehen. Einmal unsere Fotodrohne, klassische Form von bekannten Drohnen auf dem Markt, sowie eine ältere, die gute, alte, klassische Drohne. Ich denke, wir alle oder viele haben mit dem Vorbild das Drohnenfliegen gelernt beziehungsweise sind mit diesem Vorbild in die Drohnenfliegerei eingestiegen. Ja, und beide Modelle gibt es natürlich bei mir im Online-Shop. Ich denke, wir alle haben mit dem Vorbild das Drohnenfliegen genutzt. Vielen Dank.